Wusstet ihr, dass auf einer Skala von 1 bis 10 das psychische Wohlbefinden von Frauen, die kein Social Media nutzen, etwa bei 7,8 liegt, während Frauen, die mehrmals täglich TikTok nutzen, im Schnitt ein Wohlbefinden von nur 6,2 haben? Wenn nicht, dann schaut euch dieses Video an. Man hört es ja immer wieder, TikTok und soziale Medien sollte man nicht exzessiv nutzen, da das langfristig wohl unglücklicher macht. Über psychische Gesundheit wird oft gesprochen, dass man sich mit den hübschen und erfolgreichen Menschen dort vergleicht. Und auch gefährliche Trends und Challenges tauchen immer wieder auf. Auch auf meinem Kanal habe ich schon über so einiges davon berichtet. Und wenngleich die sozialen Medien auch sehr viele positive Aspekte haben, wie dass Menschen hier eine Stimme bekommen können, die sonst nicht gehört werden, oder dass Personen sich hier mit Gleichgesinnten austauschen können, auch wenn sie im realen Leben hunderte Kilometer auseinander leben, haben TikTok und Co. auch enorme Schattenseiten. Deshalb möchte ich euch in diesem Video 5 zahlen- und faktenbasierte Gründe nennen, warum auch du TikTok noch heute löschen solltest von deinem Handy, zumindest für eine Zeit. Bevor ihr jetzt abschaltet, weil ihr TikTok vielleicht gar nicht nutzt, es betrifft auch eure Geschwister oder spätestens eure Kinder und außerdem kann man die Argumente, die ich gleich bringe, auch teilweise auf andere Social Media Apps übertragen. Auch hier ist ein Detox genauso sinnvoll. Und ich weiß, für manche von euch, die diese Apps sehr gerne nutzen, ist das Löschen an sich schon ein unmöglicher Gedanke. An euch daher schon mal vorab die folgende Idee. Man kann die App auch einfach unter der Woche deinstallieren und dann zum Beispiel am Sonntagmorgen installieren und abends wieder löschen. Euer Account geht ja durch das Deinstallieren nicht verloren. Habe ich zum Beispiel auch schon ganz oft gemacht. Und so habt ihr immerhin sechs Tage die Woche Detox. Ich weiß, dass man an vielen Handys auch so Zeitsperren einstellen kann, zum Beispiel, dass man eine App nur 30 Minuten nutzen kann und dann kommt so ein Hinweis. Aber das habe ich bei mir selbst auch schon getestet und ich umgehe diese Sperren meistens. Und ich denke, vielen von euch da draußen wird es auch so gehen. Deshalb ist Deinstallieren definitiv die konsequentere Lösung. Und jetzt fangen wir mit den Gründen an, damit euch das auch leicht fällt. Grund 1. Zeitverschwendung. Es klingt richtig banal, aber wenn man es sich mal wirklich vor Augen führt, sind Social Media Apps wie auch das abendliche Fernsehen enorme Zeitverschwendung. Und TikTok treibt das Ganze auf die Spitze. Data.ai haben in ihrem jährlichen State of Mobile Report von 2022 weltweit ausgewertet, dass der durchschnittliche User im Monat 19,6 Stunden auf TikTok verbringt. Dieses enorme Wachstum gibt es erst seit 2021. Vorher waren Facebook und WhatsApp deutlich beliebter. In Deutschland ist es noch extremer. Hier ist TikTok mittlerweile wirklich einsam an der Spitze. Während wir zu WhatsApp und Facebook noch ein recht gesundes Verhältnis haben, verbringt der durchschnittliche deutsche TikTok-User monatlich etwa 23,6 Stunden auf der Plattform. Das sind am Tag etwas mehr als 45 Minuten. Wir sprechen von Durchschnitt, ne? Wenn wir diesen monatlichen Stunden pro Person mal auf ein Jahr hochrechnen, sind das 283,2 Stunden, also fast zwölf ganze Tage. Zwölf ganze Tage und deren Nächte im Jahr, die ihr damit verbringt, in TikTok reinzuglotzen. Das ist länger, als manch einer Urlaub macht. Und wenn das Ganze zehn Jahre so geht, dann habt ihr am Ende vier komplette Monate in TikTok verbracht. Und jetzt fragt euch mal, was bei euch nach so einem Tag auf TikTok hängen bleibt. Also wenn man da so durchscrollt, vielleicht erinnert man sich an drei, vier witzige Videos oder irgendwie Tipps, die man da gesehen hat. Aber der Rest ist einfach nur schwarze Materie. Verlorene Zeit. Data.ai hat außerdem herausgefunden, dass TikTok dabei sehr beliebt bei der Generation Z, also Personen zwischen 16 und 24 Jahren ist. Jetzt könnte man ja sagen, ach, diese dummen Kinder. Die nächste Generation ist so verloren. Ich möchte nur kurz einen Reality-Check machen, auch für die älteren Leute da draußen. Man verbringt täglich auch meistens mehrere Stunden vorm Fernseher, wenn man gerade nicht auf diesen Apps unterwegs ist, sondern vielleicht abends lieber Fernsehen guckt. Und das ist oftmals genau so eine Zeitverschwendung. Nur mal so am Rande. Naja, zurück zum Thema. Dass die Gen Z so viel auf TikTok abhängt, ist nicht nur aufgrund der verlorenen Zeit problematisch. Grund zwei. Verkürzte Aufmerksamkeitsspanne. Vielleicht habt ihr das ja schon mal bei euch selbst gemerkt. Wenn ihr ein YouTube-Video anschaut, euch das alles irgendwie zu langsam und langweilig ist und ihr dann die Geschwindigkeit erhöht. Oder wenn bei TikTok jemand nicht direkt auf den Punkt kommt und ihr direkt weiter swipet. Oder auch, dass euch das Lesen von längeren Texten schwerfällt. Eure Aufmerksamkeit wandert dann irgendwo anders hin, noch bevor euch das, was ihr eigentlich tun wolltet, in sein Band ziehen kann. Dieses Phänomen ist vermutlich keine Einbildung. Tatsächlich gibt es Hinweise darauf, dass sich die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen tendenziell verkürzt. Lange kursierte so eine ominöse Studie, dass die Menschen seit 2013 eine kürzere Aufmerksamkeitsspanne als Goldfische hätten. Nämlich nur noch 8 Sekunden statt ehemalig 12 Sekunden. Diese Studie hat aber keine gute empirische Grundlage und ist eher anekdotisch. 2019 hat die Technische Universität Dänemark hingegen in einer richtigen Studie nahegelegt, dass sich zumindest die kollektive Aufmerksamkeitsspanne der Menschen in Bezug auf Nachrichten etc. verkürzt. Die Forscher haben sich in der Studie beispielsweise angesehen, wie lange einzelne Hashtags auf Twitter in der Liste der 50 beliebtesten Hashtags blieben. 2013 blieb so ein Hashtag durchschnittlich 17,5 Stunden in der Liste, 2016 nur noch durchschnittlich 11,9 Stunden. Also die Hashtags steigen schneller in die Listen ein und fallen auch schneller wieder raus. Ihre höchste Popularität ist aber im Durchschnitt gleich geblieben. Daraus könnte man ableiten, dass die kollektive Aufmerksamkeitsspanne für Themen in den News gesunken ist. Also dass man vielleicht von einem Thema hört und das auf einmal total relevant empfindet und dann am nächsten Tag hat man es aber schon wieder vergessen, weil man irgendwie mit den nächsten News beschäftigt ist. Schlagzeilen sind also blöd gesagt schneller Schnee von gestern. Ob sich diese kollektive Aufmerksamkeitsspanne, die da ermittelt wurde, auch auf die individuelle Aufmerksamkeitsfähigkeit auswirkt, ist aus dieser Studie heraus schwer einzuschätzen, aber sie umreißt zumindest das Problem. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr persönlich das Gefühl habt, dass eure Aufmerksamkeitsspanne in den letzten Jahren gesunken ist, wenn ihr zum Beispiel Texte lest oder euch irgendwas anguckt. Wofür es keine wissenschaftlichen Belege braucht, ist Grund 3, TikTok zu löschen. Gefährliche Challenges. Denn gefährliche Challenges existieren auf TikTok. Darüber ist sich die Plattform sogar selbst bewusst. Vielleicht wurde euch in letzter Zeit ja mal so ein Video ausgespielt. Das, Leute, waren nur ein paar Videos, in denen ich mich verletzt habe. Die Videos, die wir machen, sehen sehr einfach aus, aber glaubt mir, Leute, es kann auch sehr gefährlich werden. Und Leute, macht bitte niemals irgendwelche Videos nach, wenn ihr nicht die nötigen Sicherheitsmaßnahmen habt. Unsere Videos filme ich immer mit meinem Team, die Sicherheitsexperten sind und dessen Aufgabe es ist, nachzudenken, welche Sachen schief gehen können und welche nicht. Bevor du ein riskantes Video machst, solltest du erstmal stoppen und nachdenken, ob irgendwas schief gehen könnte oder ob du andere Leute damit verletzen kannst. Ich zeig dir heute, wie du auf TikTok viral gehen kannst. Was machst du das? So nämlich auf jeden Fall nicht. Solche Experimente und Challenges können nämlich extrem gefährlich sein. Was machst du, wenn du eine Challenge siehst? Halte inne und denk nach, ob es sicher ist. Entscheide dich. Wenn es zu gefährlich ist, mach es lieber nach. TikTok macht Kampagnen mit großen Creatoren, die genau auf dieses Phänomen hinweisen und jüngere Menschen vor dem Nachahmen gefährlicher Stunts und Challenges schützen sollen. Und wenn ihr jetzt vielleicht denkt, boah, das ist ja super nett, tolles Engagement von TikTok, mega, muss ich euch leider entzaubern. Das macht TikTok vermutlich nicht, weil sie so woke und vorausschauend sind, sondern weil sie damit auf riesige Skandale in der Vergangenheit reagieren. Denn in den vergangenen Jahren gab es immer mal wieder schreckliche Unglücke, die mit TikTok in Zusammenhang gebracht wurden. So auch bei der Blackout-Challenge, bei der es darum ging, sich selbst bis zur Ohrmacht zu wirken, diesen Clip zu filmen und ihn dann, wenn man wieder aufgewacht ist, ins Netz zu stellen. Ein besonders tragischer Fall, der womöglich in Zusammenhang mit der Blackout-Challenge steht, ist der des zwölfjährigen Archie Battersby aus Großbritannien. Seit April 2022 lag der Junge in einem Londoner Krankenhaus im Koma, denn er hatte sich bei einem häuslichen Unfall schwere Hirnverletzungen zugezogen. Seine Mutter hatte ihn regungslos zu Hause gefunden und neben ihm lag eine Stoffbinde. Ein Indiz, aus dem die Eltern und die Behörden abgeleitet haben, dass er sich einer Internet-Mutprobe stellen wollte. Mittlerweile sind seine lebenserhaltenden Maßnahmen abgeschaltet worden und er ist gestorben. Und beim Thema Blackout-Challenge ist das vermutlich nicht der einzige Fall. 2021 kamen zwei Kinder aus den USA dabei ums Leben. Auch hier hatten sich ein neunjähriges Mädchen aus Wisconsin und eine achtjährige aus Texas mit einer Hundeleine und einem Seil bei dem Versuch stranguliert, für einen kurzen Moment ohnmächtig zu werden. Und auch in Ländern wie Italien und Australien soll es bei diesem Trend zu Todesfällen gekommen sein. Und zumindest einige der Eltern gehen aktuell mit einer Klage vor einem Gericht in Los Angeles gegen TikTok vor. TikTok wird hier vorgeworfen, die Challenge absichtlich und wiederholt verbreitet zu haben, statt dafür zu sorgen, dass diese gefährlichen Videos nicht weitergeleitet und geteilt werden, geschweige denn eine Plattform bekommen. Ja, und wenn ihr heute Blackout-Challenge bei TikTok eingebt, dann findet ihr folgenden Screen. Deine Sicherheit ist wichtig. Einige Online-Challenges können gefährlich, verstörend oder sogar inszeniert sein. Informiere dich darüber, wie du gefährliche Challenges erkennst, damit du deine Gesundheit und dein Wohlbefinden schützen kannst. Ob das was bringt, ist fraglich. Das Problematische bei Challenges ist halt, die können innerhalb von wenigen Stunden und Tagen riesengroß werden, je nachdem, wer die promotet. Oder wie der Algorithmus gerade drauf ist. Und TikTok kann dann immer nur reagieren, wenn eine Challenge schon groß ist. Die haben ja keinen Upload-Filter, der irgendwie vor dem Upload jedes Video ganz genau scannt, ob da vielleicht eine gefährliche Handlung drin ist. Und ich möchte nochmal deutlich sagen, diese Blackout-Challenge ist natürlich ein absoluter Extremfall. Trotzdem kursieren auch hunderte weitere Challenges, die zumindest zu Verletzungen führen können. Wie zum Beispiel die Bird Box Challenge, wo man blind Dinge machen muss. Oder die Scaring a Cow Challenge, wo man Kühe erschreckt. Oder der Trend, sich Eiswürfel da unten einzuführen. Als Frau. Wenn ihr über diese und weitere Phänomene was lesen wollt, dann kann ich euch mein Buch empfehlen, welches letzte Woche erschienen ist und einfach auf Platz 9 der Bestsellerliste eingestiegen ist, der Spiegel Bestsellerliste. Link dazu findet ihr in meiner Beschreibung. Da werden noch ganz viele andere Challenges beschrieben. Und es geht natürlich auch um sehr viele Influencer, die auch namentlich genannt werden. Und anhand von vielen Realballspielen werden da potenzielle Trends und Gefahren aufgezeigt. Kommen wir zu Grund 4, der permanente Vergleich. Wenn ihr mir schon länger auf diesem Kanal folgt, dann habt ihr wahrscheinlich schon einige Studien von mir zitiert gehört, die nahelegen, dass der ständige Vergleich mit vermeintlich perfekten Leuten mit vermeintlich perfekten Leben und perfekten Aussehen langfristig unglücklicher machen kann. Und auch in vielen Studien wirklich rauskam, dass es die Probanden unglücklicher machte. Jetzt sind aber nochmal neue Daten in Form des Beauty Impact Reports erschienen, die die Axel Springer Marktforschung in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut Innofact durch Online-Befragungen unter Frauen folgender Altersgruppen erhoben hat. Erstmal einige der Kernergebnisse in Worte gefasst. Ergebnis 1, der soziale Druck von außen kann zum Wunsch nach Beauty-Eingriffen führen, insbesondere bei Heavy-Nutzerinnen, also Nutzerinnen, die soziale Medien mehrmals täglich verwenden. Oder aber auch, insbesondere Snapchat und TikTok bergen Gefahren für das Wohlbefinden von Mädchen und jungen Frauen. Sowie, Influencer in sozialen Medien setzen Mädchen und Frauen unter Druck. Kein anderer Kanal beeinflusst Frauen in vergleichbarer Weise. Was die konkreten Zahlen betrifft, fand ich vor allem die Kategorien, ich würde gern etwas an mir verändern und ich hätte gern mehr oder weniger Kurven, sehr interessant. Da stimmen nämlich vor allem die 16- bis nur 30-Jährigen zu und unter den Heavy-TikTok-Nutzern sind das Ganze 82%, die gerne etwas an sich verändern würden. Also von 5 Frauen, die mehrmals täglich TikTok nutzen, wollen 4 etwas verändern an sich. Ich finde das krass. Und auch das, was als nächstes kommt, habe ich euch bereits in einem anderen Video durch Zahlen der International Society of Aesthetic and Plastic Surgery belegt. Auch 2022 wächst die Zahl der minimalinvasiven Beauty-Eingriffe wie Botox oder Lippenunterspritzen weiterhin stark an. Das bestätigt auch dieser Beauty-Report des Marktforschungsinstituts. Und besonders interessant finde ich hier, dass die auch nochmal unterteilt haben, dass Heavy-Nutzerinnen von Social Media deutlich stärker dazu geneigt sind, diese auch durchzuführen. Die Bereitschaft zu minimalinvasiven Eingriffen liegt bei Heavy-TikTok-Nutzerinnen sogar bei satten 51%. Also etwas mehr als die Hälfte der Frauen auf TikTok kann sich laut der Studie sehr gut vorstellen, einen minimalinvasiven Eingriff machen zu lassen oder hat schon einen gemacht. Und wo wir schon bei krassen Zahlen sind, diese Marktforschung kann uns direkt auch noch Zahlen für Grund 5 liefern, TikTok zu deinstallieren, mentales Wohlbefinden. Im Rahmen des Beauty-Impact-Reports wurde nämlich auch erhoben, wie das Wohlbefinden von Frauen ist, gemessen an der Intensität ihrer Social-Media-Nutzung. Also aufgeteilt wurde hier in Nicht-Nutzerinnen, in gelegentliche Nutzerinnen, in Intensivnutzerinnen und in Heavy-Nutzerinnen. Und man kann wirklich sagen, je intensiver soziale Medien genutzt werden, desto geringer ist das Wohlbefinden. Bezogen auf psychisches Wohlbefinden, bezogen auf Selbstwertgefühl, bezogen auf Körperbewusstsein und bezogen auf den Mental Health Index. Überall ging es den Nicht-Nutzerinnen deutlich am besten und den Heavy-Nutzerinnen deutlich am schlechtesten. Und wenn das kein Grund für euch ist, euren Social-Media-Konsum zumindest mal ein bisschen zu reduzieren, dann weiß ich auch nicht. Obwohl, doch, ich habe nämlich noch konkretere Zahlen für euch. Denn das Wohlbefinden wurde nicht nur gemessen bezogen auf die Intensität der Social-Media-Nutzung, sondern auch bezogen auf welche App genutzt wird. Also Heavy-Nutzerinnen von YouTube, Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok wurden verglichen. Und hier kann man sagen, ein deutlich unterdurchschnittliches Wohlbefinden haben Heavy-Nutzerinnen von Snapchat und TikTok. Aber auch Facebook ist knapp dahinter. Wenn ihr also bei euch vielleicht merkt, dass euer psychisches Wohlbefinden oder euer Selbstbewusstsein gerade so ein bisschen nach unten geht oder gerade nicht so gut ist, dann kann das Löschen dieser Apps oder zumindest zeitweise löschen, ein wirklich ernsthafter erster Schritt zur Besserung sein. Natürlich sollte man, wenn es einem richtig schlecht geht, sich auch in Therapie begeben, aber das setze ich jetzt einfach mal voraus, dass ihr das wisst. Dass Social Media wirklich so einen krassen Impact auf das mentale Wohlbefinden hat, wissen, glaube ich, nicht so viele, zumindest nicht so zahlenbasiert. Gut, ich könnte euch jetzt noch tausende Gründe nennen, für eine Zeit mal auf TikTok und Co. zu verzichten. Zum Beispiel, weil diese Plattform auch zu etlichen Fehldiagnosen führt, was Krankheiten und Co. betrifft. Ich weiß nicht, ob ihr diese Videos kennt, in denen unbekannte Symptome von ADHS oder von Autismus oder von Borderline so vorgetragen werden. Das ist so ein kleiner Trend auf TikTok. Fünf Dinge, von denen ich dachte, dass sie normal sind, die Anzeichen für Autismus sind. Unintuitives Sozialverhalten. Ich habe überhaupt kein intuitives Gespür dafür, wann ich in einem Gespräch etwas sagen soll und wie ich mich generell verhalten soll. Die Frage nach dem Warum. Seit ich denken kann, muss ich immer alles wissen. Ich akzeptiere keine Anweisungen ohne Hintergrundwissen. Und ja, das ist vielleicht nett gemeint und kann auch wenigen Leuten helfen, sich da vielleicht wiederzufinden und dann auch zum Arzt zu gehen und eine Diagnose zu bekommen. Aber ihr glaubt nicht, wie viele Leute unter diesen Posts immer schreiben, oh mein Gott, das bin ich, oh mein Gott, vielleicht habe ich das. Und mit Sicherheit hat das nicht jeder, der unter diesen Posts kommentiert. Denn so Punkte wie, ich möchte wissen, warum ich etwas tun soll oder ich fühle mich in Gesprächen manchmal komisch und überlege immer schon, was ich als nächstes sagen soll. Ich glaube, das kennt jeder von uns so ein bisschen in gewissen Situationen. TikToker sind keine Ärzte und keine Psychologen und können diese auch nicht ersetzen. Vor allem können die keine Ferndiagnosen euch geben. In diesem Zug möchte ich auch nochmal auf mein Buch hinweisen. Hier haben wir nämlich ein ganzes Unterkapitel geschrieben zum Thema TikTok-Tourette. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. Das ist nämlich ein Phänomen, was das erste Mal so aufgetreten ist, als die Corona-Pandemie begonnen hat und viele Menschen mehr zu Hause, mehr vor ihren Smartphones waren. Da ist nämlich aufgefallen, dass auf einmal signifikant mehr Personen mit Tickstörungen in Arztpraxen vorstellig wurden. Und später hat man herausgefunden, dass sie alle die Gemeinsamkeit hatten, dass sie sich auf TikTok und Co. Videos angeschaut haben von Tourette-Betroffenen. Das alles wird in diesem Buch ganz genau aufgedröselt und durchleuchtet und was es damit auf sich hat, wird da auch erklärt. Gibt es in jeder großen Buchhandlung oder auch im Link in meiner Beschreibung hier. Außerdem machen wir zwei Lesungen, das wollte ich an der Stelle auch nochmal erwähnen, in Hamburg und in Köln, jeweils mit einem sehr, sehr coolen Special Guest. Tickets dazu verlinke ich euch auch unter diesem Video. Die Plätze dazu sind sehr begrenzt, also schlagt schnell zu, wenn ihr mich mal live in Person sehen wollt und ich euch vielleicht euer Buch signieren soll oder sowas. Ansonsten abonniert diesen Kanal, dann seht ihr mich immerhin regelmäßig durch den Bildschirm. Bleibt rational und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal.